So, haben wir heute was Schönes wieder da. Digitaldruck und wir hatten sogar ein bisschen Langeweile und haben ein bisschen Akzente gemacht. Ist das nicht geil? Sowas wie hier zum Beispiel, schwarze Streifchen. Zugriffe waren wir nicht poliert, waren nicht gewünscht, weil da sowieso zu viel weiß ist. Dann ist das geile dabei, dass man den ganzen Schnickschnack, auch wenn die Teile anders gesetzt sind und aus anderen Stücken geklebt wird, dass die alle wirklich exakt irgendwo dran sind. In ganzen Linien und so. Das andere ist auch poliert. Ist auch grau. Original. Äh ne? Finde ich ja auch. Was glaubt ihr, was drückt ihr? Das ist auch ein paar Euro-Miegle sever. Oh ich habe jetzt mal gett. Tschüss. Fuck. Fuck. Fuck.